Herzlich willkommen zum Mathe-Adventskalender. Schaffst du alle 24 Rätsel, bist du so schlau wie ich. Fast. Herzlich willkommen zu Tag 13 des Rätsel-Adventskalenders. Bevor schauen wir uns Lösungen von Rätsel Nummer 12 an. Das 12 Münzen, von denen eine minimal schwer ist als die anderen. Wie kannst du mit dreimalwiegen herausfinden, welcher es ist? Du hast diese beiden Waage zur Verfügung. Hier kommt die Lösung. Erster Schritt, ich mache drei Gruppen mit je vier Münzen. Zweiter Schritt, ich wiege Gruppe 1 und 2 miteinander. Als eine der beiden Gruppen schwerer, befindet sich dort die gesuchte Münze. Sind beide gleich schwer, befindet sich die gesuchte Münze in Gruppe 3. Dritter Schritt, ich teile die eben ermittelte Vierergruppe in zwei Zweiergruppen und wiege. Die gesuchte Münze befindet sich in der schwereren Gruppe. Letzter Schritt, ich teile die eben ermittelte Zweiergruppe in zwei Münzen und wiege ein letztes Mal. Die schwerere Münze ist meine gesuchte Münze. Schauen wir uns an, was sich in der Türchen 13 verbirgt. Vorher eine Info. Die Lösung zu dieser Aufgabe gibt es im Video am 14.12. Und schreibe in die Kommentare, wie schwierig du die Aufgabe fandest. Von 1 extrem einfach bis 10 extrem schwierig. Los geht's. Rätsel Nummer 13. Zwei Kreuzfahrtschiffe brechen gleichzeitig auf. Das eine von A nach B und das andere von B nach A. Beide bleiben fünf Tage in ihrem jeweiligen Zielhafen, dann fahren sie zurück. Das erste Schiff fährt hinwärts mit 30 Knoten und Heimats mit 40 Knoten. Das zweite Schiff fährt beide Strecken mit 35 Knoten. Welches Schiff ist zuerst wieder im Heimathafen? Viel Spaß mit dieser Aufgabe. Teile niemals durch Null, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.